Wir sehen eine positive, eine fröhliche, eine zufriedene, glückliche Kollektion. Weil nachdem ja überall man nur noch negative Zeilen hört, ist das furchtbar, dann muss man auch etwas dagegen tun. Wir müssen froh sein und glücklich sein, dass wir in Deutschland leben, unsere Meinung äußern können und wir können essen und trinken und tun können, was wir wollen. Da muss man einfach glücklich sein und wenn dann noch die Kollektion getragen werden kann, was will man noch mehr? Bei den Farben, dieser neue Eisblau steht im Vordergrund, würde ich sagen, ansonsten sehr viel Bunt, gelb, kräftige Töne und einfach Farben, die Appetit machen auf Sommer und Frühling. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kunden bekommen und die wollen natürlich auch etwas anderes, modisch und einfach auch von der Passform her was Modernes. Untertitelung des ZDF, 2020 . Also ich mache hier zwei Kollektionen im Jahr und dann machen wir hier in unserem Geschäft die Modenschau, zeigen wir die Modelle, laden unsere Kunden ein. Sie suchen sich aus, was sie gerne hätten. Wenn das passt, können sie natürlich mitnehmen. Aber es ist selten der Fall. Es wird immer nach Maß angefertigt und alles, was Sie hier sehen, wird in Nürnbrecht im eigenen Atelier in Handarbeit angefertigt. Und was wir natürlich diesmal auch besonders, wo ich großen Wert draufgelegt habe, ist sehr viel Handarbeit und sehr viel aufwendige Teile. Teile, die wirklich zwei, drei Tage gebraucht haben, bis sie entstanden sind, bis in diese Perfektion. Musik 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 Unser Motto ist von morgens bis abends perfekt gekleidet. Das heißt schöne Sachen für den Tag, für nachmittags, für abends und dann zuletzt auch unser Hochzeitskleid. Früher ist immer mit einem Hochzeitskleid und Hochzeitsgesellschaft was abschließt. Ich war so begeistert. Eine ganz besondere Ehre. Einfach mit Textilien. Toll. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war überraschend, weil so viele helle Farben dabei waren, so fröhliche Muster. Und was ich so unheimlich gerne mag, die schwingenden Röcke, egal in welcher Länge, dass es einfach so ein gutes Lebensgefühl gibt. Ja, sehr beeindruckend, vor allem die frischen, schönen Farben, jetzt wo das Frühjahr kommt, der 21. März wird kommen mit dem Frühlingsanfang und das ist natürlich eine echte Bereicherung des Bildes, egal ob Indoor oder Outdoor, das sieht toll aus. Sehr kreativ, in dem zeitgemäß entsprechend, also ganz tolle Farbigkeiten, gerade jetzt, wo das Wetter so trist ist, hat man wirklich Lust mal einzukaufen und auch die tolle Farbigkeit mal zu erleben. Da hat sie uns wirklich mal, unserer Seele, was Gutes getan. Danke, Frau Degenring, wirklich. Also unsere Kunden tragen unsere Sachen immer und sie vererben das teilweise und teilweise sind auch die Kinder gekommen oder die Töchter und wir haben die umgeändert nach ihren Maßen. Und während der Corona haben wir natürlich nur geändert, weil unsere Kollektion vom Stoff hier so hochwertig ist, dass man sie auch mehrmals ändern kann, ohne dass man sieht, dass es geändert worden ist.